Als wir diesem Treffen zugestimmt haben, nahmen wir an, dass Sidney auch käme. Insbesondere, da er sagte, er sei etwas auf der Spur. Sidney hat sie immer nur verarscht, sie alle hier. Bei allem Respekt. Und ich mache das nicht. Also ein neuer Plan, das klingt mir nach Meuterei. Meuterei? Das impliziert Meinungsverschiedenheiten zwischen Crew und Commander. Eigentlich bedeutet das Rebellion gegen die rechtmäßige Autorität. Hier macht jemand seine Hausaufgaben. Schön für dich, schön für alle hier. Ich habe einen ganz einfachen Vorschlag. Wir ändern den Plan. Und leiten die Verschmelzung. Scheiß auf die Verschmelzung! Nein. Ich meine, wir sollten endlich aus dem Schatten kriechen. Wir sollten hier leben und uns eine Welt zu eigen machen, vor der wir uns schon zu lange versteckt haben. Was soll das? Ich hatte so ein Gefühl, dass Sie nicht mit an Bord wollen. Tut mir leid, dass Sie Ihren Nachtisch nicht genießen können.